Joanna, geboren, Liebe zu geben. Santa Maria, willkommen! Ich bin großer Roland-Kaiser-Fan. Die kennen hier alle Roland-Kaiser-Engungen auswendig. Ich freue mich auf all seine Hits, natürlich verpackt in einem tollen Musical. Und hier ist die Deutschland-Premiere und die Leute werden so viel Spaß haben, das garantiere ich Ihnen. Ich glaube, es geht schon wieder los! Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total in Heil und verliebt. Ich glaube, es geht schon wieder los! Ein Traum war es, eine super Vorstellung, ein wunderbarer Abend. Ich fand die Interpreten sehr toll, die Titel kennt man natürlich. Wenn man so die Lust auf Liebe spielt. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich dachte, so Schlager, wie ist das? Aber hat mir super gefallen. Wir waren ganz überrascht für die schlechte Kritik, die sie gekriegt haben. Super! Ich habe nicht gedacht, dass ich von Roland-Kaiser so viele Lieder kenne. Und die Stimmung ist eigentlich auch von Anfang bis Ende immer besser geworden. Und das Publikum hat geil mitgemacht. Ich habe mir gute Unterhaltungen erwartet und die habe ich auf jeden Fall gefunden. Ich fand es super. Das war wirklich eine große Runde, lustige, schmissige Geschichte. Absolute gute Stimmung und Spielfreude auf der Bühne. Die Sänger, die waren fantastisch. Die Musik und die Protagonisten, die waren hervorragend. Großartige Stimmen dabei. Die Hits, die sind legendär. Eine tolle Gesamtleistung. Also ich würde es mir definitiv wieder anschauen. Und wenn das Publikum die Schlager lebt, am Schluss mittanzt und singt und wenn die Leute am Schluss Freude haben und sagen, schee war es, wie man in Bayern sagt, dann hat sie doch das Richtige gemacht. Das war doch alles nur ein Spiel. Spiel? Manchmal möchte ich schon. Was soll denn das für ein Spiel sein? Schlag Matz! La 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 la. Sant'A Maria, wir kommen! Schlag Matz!